Im Wohnzimmer der Ausstellungen und Messen in Algerien kehrt dieses Mal mit Ausstellungen von Büchern in verschiedenen Fremdsprachen. Arabische, Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch und sogar Spanisch zurück und wir haben durch einen großen Anfang von schriftlichen und Historiken gut zu entdecken und sogar wahrlicher das Bücher und seine Beziehungen zu verschiedenen ausländischen Ländern und in Italien finden wir auch viele Leser, die interessiert sind, das Buch zu kaufen oder die Literarauflaufung entwickeln und die Wirtschaft zu bereichern und Trost im Büchern zu finden.